Im Sportzentrum PEPP 2 in Eningen wurde am Dienstagnachmittag das 4000. Mitglied des VfL Pfullingens willkommen geheißen und geehrt. Zum Dank für die Mitgliedschaft erhielt das neue Mitglied eine kostenlose Jahresmitgliedschaft für sich und ihre Familie. Die waren bereits Vereinsmitglieder sowie einen Überraschungskorb mit einigen sportlichen Werbegeschenken des Vereins. VfL-Präsident Sven Schauenburg und der Pfullinger Bürgermeister Michael Schrenk sprachen mit den Anwesenden über die Wichtigkeit des Vereins und den zufriedenstellenden Anstieg der Mitgliedszahlen.